Mein Name ist Gabor Steingart. Und ich bin Chelsea Speaker. Und vielleicht kennen wir uns vom Pioneer Briefing Podcast. Jeden Montag bis Freitag ab 6 Uhr. Aber Chelsea, was genau wird da geboten? Informationen, Berichte, the latest aus Politik und Wirtschaft. Aber heute Morgen, da hilft uns ja kein Bundeskanzler und kein Wirtschaftsboss, richtig? Ja, richtig. Heute Morgen brauchen wir die Unterstützung unserer Hörerinnen und Hörer, denn wir bewerben uns um den Deutschen Podcastpreis. Und zwar in der Kategorie Nachrichten und Politik. Und den wollen wir natürlich auch gewinnen. Wer da gewinnt, das bestimmt ihr, das Publikum. Also votet bitte für uns. Den Link findet ihr in der Beschreibung dieses Videos. Und wir freuen uns nicht nur einfach über eure Unterstützung, wir verlassen uns da. Bis bald.